ja ja was er nie wieder ich sehe es ich sehe es ich sehe es nicht noch nie dass es nie mehr es jaja die jungen leute wir sind es wieder am start mit hier sind channel ist und zusammen die foto und wenn ich dabei die hier ist schön das erste spiel aller zeiten das spiel kann niemand wirklich will panzer fahren aber ich habe nur ein auto und ich spiele ganz schön und die werte ich nicht auf die ansprache von marcus versaut ja natürlich aber warum ich war dann fertig was auch okay aber und ich kann weiterfahren oder ja ich kann weiterfahren ich nicht habe kein salto geflogen und konnte weiterfahren ist gleich durch die leiter nach oben weil ich weiß kann na ja gar nichts nichts wenn ich jetzt wenn ich es bauen dann werde sterben du kannst du bei d3 sporen er war nicht so auf jeden fall die drei haben wir schon geholt ja die drei einsteigen ja mein auto ist wieder kaputt oder ist ansonsten jetzt ich weiß ich sehe es 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 zwei hunderschön das ding über die Brücke und schön weggemacht das ist nicht schon wieder die märkte der war es jetzt wieder durchs wasser schwimmen weil da drüben wieder die gesamte rumgaben er hat einfach und panzerfeuze nehmen und die panzer wir haben auch zwei panzer auf unserer seite ich bringe aber wahrscheinlich nix zusammen ich mach mal die Minen weg drei panzer haben wir auf unserer seite wo seid ihr seid ihr hinter mir ja eigentlich ja ja ungefähr wir liegen noch auf der brücke wunderschön schau mal ich fahre panzer ich höre aber das wachst du nicht zu gefährlich ist nicht so komm mal nicht auf das wasser skydive skydive genau auf der brücke fünf meter ins wasser nee das sind sogar fast sieben hat es was denn hallo denke ich stehe hier zum spaß mit dem markt und deswegen habe ich geile gemacht das ist ja ich habe geschossen ihr wisst nicht wie man über brücken rennt ja deswegen gehen wir unten durch das ist die taktik alter drücken geht nicht wie fast drüben gewesen genau so weit wie du na ja gleich nicht mehr jungen zu fahrzeugen bin ich weiter ja ich bin unter der brücke ich bin jetzt drüben da fühlst du dich daheim oder wie ja ja sweet home alabama ist so alter so was machen wir jetzt hier schon mal ein bisschen kommen ein wenig zocken hier hier ist meine gamer ecke weißt du da meine alter ich habe ein rotes leben das ist vielleicht nicht so cool das war auch ein Leben schon verloren er hat mir hoch ich glaube wir müssen drüben jump ich bin schon oben wo seid ihr jungs ich bin schon durch ja wahrscheinlich mit Panzern alter ich hab gar keinen Panzer Alter im Auto alter wir haben hier Action mit Geister Wasserqualität Texturen am Flak sitzt einer ja deswegen gehen wir nicht zum Flak aber der hockt nicht im Flak der hockt außerhalb und kämmt dort ich muss jetzt fahren bis zwei stücke gestorben sind wollt ihr nicht sterben? ne hier ist ne Sackgasse oh fuck von hinten wir gehen nicht raus oh aber wir sind in ner Sackgasse ich hab hier so im Arsch alter eine Granate müssen dann dauern alter ja der muss wissen dass hier ne Sackgasse ist warum der sieht nichts der sieht nichts Körger jetzt hätte ich von der anderen Richtung aktiver halt komm gleich wieder mit dem Fahrzeug oh Alter wir sind bei C4 mit quasi null Leben C4 Alter ok ich bin da bei C4 komm schon die Granate muss da hoch oh fuck die Caption wieder C4 Warte ich versuche Warte ich werfen wir hier drüben eine rein da gehts noch weiter hoch alter und hier unten sind auch welche glaub ich vielleicht wo seid ihr? bei C4 drinnen im Erdgeschoss ich bin aber keine Gegner ich komm ich komm ich komm ich glaub die sind nicht auf dem Dachbogen glaub ich ja und hier unten ich find's ja auch nicht ja die sitzt direkt bei dem Ding ich hab ihn sehr gut getroffen aber ich hatte rot die sind beide direkt bei dem Bordungsdings mitgewehr boah wo ist das? hast du gut gemacht egal alter wo ist das alter ich hab zwei Stück zwei Stück hab ich getötet ah da glaub ich ja fuhr dort glaub ich da reingeworfen wo ich gemeint hat natürlich hab weiter oh lol oh man ist halt einer bei uns die und die mich gekillt ey Markus fahrzeug wird gesporen oh Kreese kann nicht wie die Kreese kann ey ich muss warten bis zwei Teammitglieder da fallen naja ja das hab ich auch gehört irgendwie schon nicht zu viele Leute oder der Granate was ist besser M1 Garant oder die Kreese kann M1 Garant ist halt Schafschutz Garant ist Distanz, Kreese ist nah ja oh das ist die doch da liegt noch die ich nehm die weiß jetzt nicht nein ich bleib bei der Kreese nimm mal C4 ein bitte C4 ist eingenommen ne er steht wieder im Panzer vor der Tür ja weil im Panzer vor der Tür steht oh jetzt bin ich down ne weiße sie gehen wir zu 14 oh jetzt muss ich warten bis 3 ist der Server voll der Server ist übelst voll 19 Alter die sind 14 Spieler wir sind 19 boah die sind einfach hm oh ich bin stolz ja und wir verlieren trotzdem ja deswegen wahrscheinlich ja was weil wir so viele mehr sind die sind nur 14 wir sind 19 ja seh ich doch wir können einfach mehr killen das ist das einzigste Gute Panzer können nein weil es sind ja immer gleich viele von uns und von denen auf dem Schlachtfeld wir müssen ja immer warten bis die Zahlen wieder gleich groß sind darum sind wir so lange in der Einsatzwarteschlange was ja die anderen haben gar keine Einsatzwarteschlange quasi behindert damit töten die uns so schnell immer wo lohnt panzer wo Brücke diese ist die einzige Brücke auf der scheiß Map ja der andere ist zerstört was der andere ist zerstört aber kommt mit mir geht guter Deinpunkt ist im Konflikt ja C4 C3 ja echt fahrzeug von hinten ja C3 ist im Konflikt warte ich warte warte auf mich da ist aber keiner aber da hat sich einer reingeschimmelt aber sonst war reingeschimmelt wo bist denn du Markus ja da ich ja da bist also hier ist keiner hier sind wir als Zaun das doch kacke da ist keiner ich warte 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 mich hol ich ab oder seinem auto und wir fahren nach B rüber wir fahren nach B rüber wir fahren nach B rüber wir fangen nach B rüber folg mir wir folgen dir ist genau mitkommen ja oh ja ich würde lieber für dich folgen ja da drüben stehen schon wieder zwei Panzer mitkommen nicht diskutieren mitkommen ja mein auto ist nicht so schnell im anfahren ich hab die karte aber das das gewährt wird die karte weg ich hab die karte muss ein auto fahren ist noch weit zu b b links jetzt futur ich weiß nein 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 nicht durch so wie der foto alter geil geil aber wahrscheinlich zu langsam oder so nein da ist ein tiefes loch er dann vielleicht auf der anderen okay hier ist auch tief aber da komme ich vorbei da komme ich vorbei da komme ich vorbei jetzt hier komm komm mit genug speed ja ich bin drüben aber passt auch irgendwie habe ich dann ein feind gespottet ja ich bin schon mal weitergekommen wie futur und dann abgesoffen ja aber ich bin einbrückengestütze weitergekommen wie du müssen mal gucken ob man da irgendwie durchkommen glaubt schon dass du irgendwie durchkommst ihr fahrräder nein zu fuß zu fuß zu fuß zu fahrrädern kannst du nicht schießen wenn jeder feind entgegenkommt da kommt ein panzer vorsicht ins haus ins haus gut einer wo ist der nächste der fehler noch weit weg der ist noch weit weg verkehrt mich entdeckt der wixer ja er war auch weit weg ja sorry wenn der panzer genau auf meiner strecke ist du hast mich schön wieder angehoben ich wusste schon dass man es kommt oder nicht wo nicht in der tür stehen da ist er weiter weiter der ist weg ja ich bin direkt hinter dir direkt auf c4 wir laufen hinten rum ich gehe übers wasser hast du die ding die maschine ja mach langsam mach langsam hier kann überall anders sein das ist ein panzerdrechfahrt das interessiert mich jetzt er ist direkt bei c4 ja das ist egal der muss ja rauskommen um uns zu ärgern die seitenstraßen ich glaube das ist eine richtig sneaky taktik was wir da anbringen ja die frage ist ob wir es damit jetzt reißen können natürlich reißen wir jetzt die capturen ja nicht c3 also können mit c4 ja hier sind zwei gegner drin wo granate hoch ja ich werde diese wieder nehmen hier ist einer und hinter mir ist noch einer er sitzt direkt auf der treppe ich hab meine das warst du ich hab einen von denen geholt ach nein ach fuck you scheiß tank da hinten alter wie kann er mich denn sehen ey wie am rage er ist doch wahr er ist da hinten ey und trifft mich ist klar dass die in 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 Vielen Dank.